Haben Sie Hochstimmungen und Depressionen ohne ersichtlichen Grund? Sag mir mal, Harold, wie viele von diesen Selbstmorden hast du aufgeführt? Ich würde sagen... 15? Denjenigen, für dessen Errettung wir gemeinsam leben. Mögest du durch deine Gnade ihn vor dem Urteil bewahren, das ihm gebührt. Bewehren soll es werden? Früher mal, da bin ich öfter in Tierhandlungen eingebrochen, um die Kanarienvögel freizulassen. Aber dann habe ich herausgefunden, dass ich damit der Zeit viel zu weit voraus war. Mord? Inge Schien... ...undereutt sind... ...undereutt, umgeرفt... ...undereutt, umgeverte... ...undereutt, umgeverte... ...undereutt, umgeverte... ...undereutt... ...undere k infectious, woche von der Schraubung ist. ...undereutt, umgeverte...